Saint-Pierre ist eine Gemeinde des französischen Übersee-Departement-Réunion. Sie ist seit 1965 Hauptort des gleichnamigen Arrondissements. Saint-Pierre hat 81.415 Einwohner und gehört damit zu den 50 einwohnerreichsten Gemeinden Frankreichs. Geografie Saint-Pierre liegt im Südwesten von Réunion. Es grenzt an die Gemeinden Entre deux Petites, Ilée, Saint-Joseph, Saint-Louis und Les Tampons. Verwaltung Saint-Pierre ist das Zentrum der Communauté d'Agglomération Communauté Interkommunale des Villes Solidaires. Außerdem ist die Stadt Hauptort von vier Kantonen. Kanton Saint-Pierre 1 zählt 18.520 Einwohner. Kanton Saint-Pierre 2 zählt 14.370 Einwohner. Kanton Saint-Pierre 3 zählt 17.991 Einwohner. Kanton Saint-Pierre 4 zählt 23.599 Einwohner. Punkt. Seit 18. September 2006 ist Michel Fontaine Bürgermeister von Saint-Pierre. Verwaltungssitz der TAF. Der Präfekt und oberste Verwalter der französischen Süd- und Antarktisgebiete seit 2012 Pascal Bolot hat seinen Dienstsitz in Saint-Pierre und verwaltet das Gebiet von Réunion aus Infrastruktur. Der Hafen von Saint-Pierre wurde 1882 nach 30 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Im selben Jahr wurde auch eine Eisenbahnstrecke eröffnet, die die Gemeinde mit Saint-Louis verbindet. Söhne und Töchter der Stadt Valérie Begü, Miss Franz 2008, Jackson Richardson, französischer Handballspieler. Florenzina Mappong-Olle, französischer Fußballspieler. Guillaume Horau, französischer Fußballspieler. Dimitri Pellet, französischer Fußballspieler. Badé zuwerkstelländ des Wall chuckle. Radio Musik Vielen Dank.